Willkommen zum Zimmerduell. Heute mit Davy Klaasen und Stefanos Carpino. Wer ist besser mit dem schwachen Fuß? Punkt für euch. Wer von euch beiden drückt mehr beim Bankdrücken? Nächster Punkt. Wer von euch beiden hat die schönere Frisur? Wer hat denn von euch beiden die schönere Ehefrau? Überraschung? Kein Punkt. Wer guckt von euch beiden mehr Werder TV? Wer von euch beiden hat den besseren Humor? Wer hat denn von euch beiden den geileren Instagram-Account? Der nächste Punkt. Der nächste Punkt. Der nächste Punkt. Ja, natürlich. Setaki. Wer kann denn von euch beiden mehr Instrumente spielen? Achter Punkt. Stark. Wie viel kannst du spielen? Einen. Es ist mehr als ziel. Und was spielst du? Also ich bin angefangen mit Klavier zu spielen. Echt? Aber ich bin noch Amateur. Kannst du die Kamera auch noch ein Instrument spielen? Wer spricht denn mehr Sprachen? Ah. Ja. Ja. Der nächste Punkt. Wir halten fest, Davy kommt sehr gut weg. Ja, finde ich auch. Wer geht denn abends früher schlafen? Wieder ein Punkt. Zehn Punkte. Wer bleibt länger am Buffet sitzen? Easy. You can see the Bodifat. Punkt. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ah. Du wirst jetzt wissen, was du willst. Ja, dann zählst du nicht. Dann ist es kein Punkt. Dann ist kein Punkt. Dann ist kein Punkt. Nein, dann ist kein Punkt. Nein, ich wollte mich selbst sagen, weil ich immer nach Koffi trinke. Ja, dann habt ihr keine Eichstalt. Aber Koffi nicht klingt. Es geht um Essen. Nein. Es ist bei der Buffet. Es geht um... Oh mein Gott. Wer lacht denn öfter im Trainingslager? Punkt. Ja, aber ich liebe meine Lachen. Ja, ich liebe meine Lachen. Also ja. Eine schwierige Frage. Wer ist der bessere Tischtennisspieler? Ah, easy. Okay, der nächste Punkt. Ja. Zwölf haben wir, glaube ich, jetzt schon. Wer ist denn Heimatverbundener? Das ist keine Frage. Nein, ich weiß nicht, dass du mich wählst. Also ich muss meine. Ja, Punkt für euch. Sie sprechen immer über die Grieche. Nein. Wer mag denn den jeweils anderen lieber? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Komm, gib mir das. Gib mir das. Oh mein Gott. Oh oh oh. Cut. Was machen sie hier? Oh, ja, ja. Super, aber kein Punkt. Ask für den Vorschlag, bitte. Wer besitzt mehr Sonnenbrillen? Davy, zeigst du was an? Ja. Dann kein Punkt. Bro, you don't have sun in Holland. How you have more than glasses? Doesn't make sense. Think. You have to think. Genau in Bremen. Always sunny. Wer benutzt denn mehr Sonnencreme? Ja, okay. Das ist einfach. Zwei haben wir noch. Okay. Wer sitzt öfter am Handy? Boah. Das wäre... Punkt für euch. Ja, natürlich. Und die letzte Frage. Wer ist der Boss? In the pits or outside the pits? Great. Wie viele hatten wir jetzt? 16? Es waren viele. Es war richtig, richtig gut. Finish? Nein. Wessen Butterbuddy Fische hat auf YouTube mehr Klicks? Ah, ja. Warte, warte. Es geht um... No, you know this. You know this video, Booth about the Fischen? Ja, no, you have. Now I understand what you mean. But my video is better. No. Yes. No. Yes, 100% my videos are better. No. Yes. Why? I don't know, funny, beautiful, successful, everything. But why do I get more clicks then? You play.